Man ist ja fast versucht, mit dem alten Karlauer alle Jahre wieder anzufangen, wenn es um Drusted Computing geht und in der Tat verfolgt uns diese Sache ja schon seit mehreren Jahren und die Industrie hört leider nicht auf, das voranzutreiben, teilweise auch mit nicht fertigen Spezifikationen, wie zum Beispiel in der ersten Auflage von IBM Notebooks, wo eine alte Version von Drusted Computing eingebaut ist und jetzt aktuell bei der Diskussion, die Apple im Moment vom Zaun gebrochen hat. Vielleicht als kleine Anmerkung, also dieses Dienst Notebook ist schon eins mit TBM-Hardware und wir werden demnächst mal evaluieren, ob das eine gute Idee ist, den Schlüsselspeicher irgendwie ein bisschen außerhalb der normalen Chip-Schutz zu speichern, wie wir irgendwie jetzt auch herausgefunden haben. Und zwar war es auf einer Industriefolie als besonderes Feature gesagt, dass der persistente Schlüsselspeicher nicht direkt auf dem Chip ist. Also das sei irgendwie dann beruhigender, wenn der Chip irgendwie abraucht. Aber dass natürlich dann möglicherweise der Hardware-Schutz nicht so ausgeprägt ist, das kann man sich auch denken und ich denke, wir werden demnächst da auch ein paar lustige Ergebnisse dann zeigen können, hoffentlich. Also der Talk heute ist relativ voll, weil es gibt eine Wahnsinnsmenge an neuen kryptographischen Ergebnissen im Bereich der Hash-Funktionen. Also überwiegend vollbracht von einer wirklich exzellenten chinesischen Gruppe und einer Mathematik-Professorin, die auch witzigerweise, also der nicht erlaubt wurde, nach Amerika einzureisen, als sie ihre Ergebnisse auf der Kryptokonferenz vorstellen sollte. Naja gut, also vielleicht kann man das so verhindern, dass also kryptographische Schwächen aufgedeckt werden. Allerdings die Kryptographengemeinde ist da relativ struppig und Adi Shami hat dann den Vortrag für die Chinesen übernommen, was natürlich dann auch zum Marketing-Massaker für die amerikanischen Behörden und auch Wissenschaftsinstitutionen geworden ist. Also wie kurz, also wir werden relativ exzessiv über Hash machen, also they blow it or we blow it, es ist wirklich in einer Art und Weise kaputt, die schon fast ins Tragikomische abkleidet. Wir werden uns dann mal schauen, was man über lustige Sachen machen kann, wenn man so Hash-Funktionen berechnet hat. Ich habe gerade gestern Nacht nochmal die Angriffskomplexität, also nicht durch eigene Arbeit, sondern durch genaue Recherche irgendwie nochmal um zwei Bits reduziert. Wir kommen nachher dazu, was für praktische Auswirkungen das hat. Und wir schauen uns mal an, ob es wirklich möglich ist, eine ganze Drast-Infrastruktur wie Longhorn oder Drast-Computing-Infrastrukturen auf Basis von gebrochenen kryptografischen Algorithmen zu installieren. Das ist leider oder erfreulichenfalls nicht so richtig der Fall. Und ich gebe anschließend mal einen Ausblick, was man dann konkret tun kann, wenn man noch mit Hash-Sachen konfrontiert ist. Gehen wir mit der schlechten Nachricht. Welcome to the evil side oder wie Frank Krieger in seinem Blog geschrieben hat, willkommen in der DRM-Hölle. Apple war eigentlich über lange Jahre eigentlich eine große Hoffnungsträger für viele Leute, die gesagt haben, Apple wird sich nicht in Drast-Computing einbringen. War auch nicht in der Drast-Computing Group zumindest am Anfang. Inzwischen hat man auf den Development-PCs irgendwie einen TPM-Chip gesichtet. Und was noch übler ist, ist, dass einige Sicherheitskonstruktionen in der Diskussion sind, wo der TPM per Default eingeschaltet werden müsste. Wir kommen nachher nochmal kurz dazu. Wir haben eine ganz lustige Situation mit Integration-Problemen, obwohl die Bundesregierung andere Leute irgendwie dringend gebeten haben, Kryptographen-Funktionalitäten von anderen Sachen zu installieren, hat IBM und andere doch einen hochintegrierten Chip verwendet. Und im Moment kriegen sie gerade Ärger von relativ überraschender Richtung unter anderem. Wir werden auch positiv berichten, dass die Drast-Computing Group durchaus ein sehr anspruchsvolles Verbesserung der Schutz der Privatsphäre eingebaut hat. Allerdings werden wir auch zeigen, da habe ich eine Publikation mit dem Kollegen Lux und Bog, in denen wir gezeigt haben, dass dieser verbesserte Privatschutz sehr schnell ausgehebelt werden kann. Das ist praktisch in dem Dokument schon mal eine Aushebelung des Schutz der Privatsphäre vorgesehen ist. Also ich muss es nochmal betonen, wenn Apple irgendwie als eine Firma, die durchaus aus der Hackerbewegung stammt, jetzt auf einmal her sagt, dass wir Leute, die sich mal den iPod ein bisschen genauer angegucken, mit genau den DMCA und anderen Gesetzen verfolgen, dann wissen wir, dass zumindest alle Apple-User vielleicht mal mit der Firma kommunizieren sollten, dass sie es nicht als problematisch halten oder als strafmäßig zu verfolgen, wenn jemand Ethik oder Taktik von Hackern ansetzt. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, ich habe das schon tendenziell ein bisschen persönlich genommen. Es ging damals um das Re-Ingenieuren vom Realplayer, aber es ist nicht das erste Mal, dass Apple diese These bestätigt, dass wenn ein gewisses Hackerunternehmen sehr erfolgreich ist, es sich schlecht benehmen. Auf die Gefahr hin, dass sie jetzt hier vor versammelter Meute gesteinigt wird. Schaut mal in der Geschichte zurück, ob die These, dass Microsoft die erfolgreichste Hackerfirma der Welt ist, vielleicht ganz von der Hand zu weisen ist. Das sind in der Tat unsere bösen Brüder und Schwestern, die da teilweise agieren. Um was geht es da? Und wie gesagt, ich werde es möglicherweise wahrscheinlich bis zu meiner Pensionierung nochmal betreiben. Es geht darum, dass die Industrie eine virtuelle Setup-Box in unsere Computer einbauen können. Und wie gesagt, Ron Reves, der SEM-Turing-Award-Gewinner kann es irgendwie deutlicher formulieren. Und er sagt, es ist die Idee, eine virtuelle Setup-Box in jeden Computer und auch in jedes Mobilfoam zu installieren. Und das von Leuten, die man nicht notwendigerweise traut. Vielleicht auch eine kleine Anmerkung. Verschwörungstheorien sind schön und gut. Teilweise werden sie von der Praxis überrannt. Also ob Abu Ghraib oder oder Gasbrom. Also einiges, was im Moment im letzten Jahr passiert ist, hat irgendwie die Hacker-Fantasie irgendwie, denke ich, stark über den Haufen geworfen. Aber mal ganz reale Sache. Wenn wir Sachen in unserem Computer haben, die von Firmen sind, können die Firmen pleitigen. Und dann hat man eigentlich auch ganz ohne Boshaft und Verschwörung auf einmal große Probleme. Mein Lieblingsbeispiel ist, dass ich irgendwie allen möglichen Leuten auf Fragen hier durchaus gesagt habe, wenn ihr eine E-Mail-Adresse wollt in diesem Startup-Hype, die auf dem Startup-Hype überstehen soll, nehmt doch eine von der E-Post. Also die deutsche Post wird weiterhin existieren. Naja, also wie gesagt, welcome to the real world. Irgendwann wurden die E-Post-Mitglieder aufgefordert, nach Yahoo oder sowas zu wechseln. Also das sind alles Probleme in Bereichen, die wir, denke ich, mal artikulieren sollen, die in dieser hektischen Entwicklung oft übersehen wollen. Und wie gesagt, es gibt dann immer viele Leute, die sagen, TPM-Chips sind neutral. Sie sind nicht neutral. Also wie Diffi, ein anderer Erfinder der Public-Ready-Kryptographie hat gesagt, auch wenn er riskiert, jetzt ein Slogan zu machen, wir brauchen die Kontrolle über unsere eigenen kryptografischen Schlüssel. Und wie gesagt, da wurde eigentlich auch bisher wenig widersprochen. Die Industrie macht es halt einfach weiter. Und ich möchte es nochmal betonen, weil sehr viele auch honorische Berichterstatter immer sagen, ja, es ist wie mit dem Hammer. Man kann irgendwie einen Nagel in die Wand hauen oder jemand auf den Kopf damit. Das Problem ist, dieser spezielle Hammer in diesem TPM-Chip ist ein problematisches Design per se. Wenn ihr nicht mehr die Kontrolle von eurem Rechner hat, dann könnt ihr nicht Sicherheitslücken patchen, aber ihr könnt auch nicht Vorgaben der Regierung patchen. Also, und da sollte man bedenken, dass dieselbe Technologie da ist, die geeignet ist, das Kopieren von Musikstücken zu machen, auch benutzt werden kann wie ein Zensur. Und wenn man sich überlegt, dass es für die chinesische Regierung leichter sein würde, sogar mit Linux-Unterstützung, ein Linux-Machen mit TPM-Unterstützung, das dann irgendwie die Freunde von der Staatspolizei ruft, wenn das Wort Dalai mal fehlt, wir wissen, dass das relativ einfach zu implementieren wäre. Und ich denke, also die Chinesen heulen in der Informatik rasant auf, sämtliche Überwachungstheorien, die wir haben können, werden da wahrscheinlich in der Praxis getestet. Ganz konkret, bisher konnte man um irgendwelche Sicherheitsprobleme oder Zensur rumhacken, das wird möglicherweise mit diesem TPM-Chip nicht mehr gehen. Insbesondere diese Kombinationen Digital Restriction Management und Observation-Hardware, also Überwachungs-Hardware, also Hardware, die man nicht selber unter Kontrolle geht, die bergt per se schlimme Implikationen. Um es nochmal zu wiederholen, es ist nicht policy-neutral, es ist ein problematisches Design, ein Design, das von sämtlichen Kryptopäpsten eigentlich stark kritisiert wird und es wird trotzdem versucht, in den Markt zu drängen, eben um Abschottung möglich zu machen. Und wenn man weiß, also wie die Geschäftspraktik von Microsoft ist, auch wenn man ganz honorischer Mitmensch ist, kann man einfach zu Protokoll geben, dass Microsoft ein verurteilter Wirtschaftssichter-Nebenbennehmer ist, jedenfalls nach der europäischen Lage. Und ob man sich dann diesem direkt ausliefern sollte, ist dann noch die Frage. Also bisher habe ich mit Juristen oft gesprochen und die sagen, ja, wenn da irgendwelche Lizenzen sind, die zum Lachen sind, zum Beispiel in Microsoft Frontpage stand drin, dass man damit keine Anti-Microsoft-Webseiten herstellen kann. Ignorieren Sie einfach. Aber wenn es inzwischen jetzt so weit ist, dass es also einen Hacking bedarf, um das überhaupt zu machen, wird es problematisch. Da war es auch niedlich, wenn Jura Prof zu mir sagt, ja, aber Sie jungen Hacker können das doch sicher umgehen. War ich sehr geehrt, nicht nur wegen dem Jungen in der Voranlage, sondern auch wegen diesem Gottvertrauen da in uns. Das Problem ist, dass wir das auch gerne machen, irgendwie Sachen dann messen. Also ich freue mich wirklich über diese etwas außerhalb der Chippe liegenden Speicherbereiche von dem TPM-Chip. Das Problem ist, dass wenn man nicht gerade irgendwie im akademischen Bereich da unter dem Schutz von Freiheit von Forschung und Wissenschaft steht, man mit einem Bein im Knast ist. Also dieses Reingenieren ist genau nach diesem Digital Corporate Millennium Act, den Apple so gern mag, irgendwie in sehr vielen Bereichen mit Strafe schlicht und einfach belegt. Und wir wissen ja, dass im Moment in dem Bereich nicht gerade Besonnenheit auf Seiten der Industrie und der Behörden sehr stark ausgeprägt ist. Eine bisschen lustigere Geschichte ist die Frage mit der höheren Integration. Um es mal kurz zu machen. Ich meine, der CCC hat sich da auch sehr stark engagiert in den Regierungsheerings und es wurde auch klar kommuniziert, das ist problematische Geschichte. Macht es so, dass es irgendwie einfach überprüfbar ist, dass da nichts Schmutziges vorgeht. Macht es auch völlig gedrennt von anderen Sachen. Da steht, ein vermischendes Sicherheitsmodul mit anderen Funktionen der CPU-Chipcast führt zu einer Intransferenz und dazu, dass die sicherheitstechnische Überschreinung nicht einfach durchführbar ist. Stellungnahme der Bundesregierung, also offiziell Regierungsposition. Und rum sich was passierte. In diesem Teil ist es halt schon eingebaut in so einem Super-IO-Chips. Und jetzt gibt es etwas ganz Lustiges von der RSA-Konferenz dieses Jahr. Und da wurde gesagt, ja, wir haben das jetzt integriert, aber es gibt einige Regierungen, die das nicht mögen, dass wir es integrieren. Und some countries are worried where they made it. Today, Taiwan, okay, kann ich verstehen, wenn China neben dran. China kann ich verstehen, wenn Taiwan daneben ist oder überhaupt. Deutschland ist sowieso Schurkenstaat oder Halbschurkenstaat. Aber dass die Amerikaner inzwischen selber nervös geworden sind, was in den Dingen eingebaut ist, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass sie irgendwie hier ihre lieblingsmännische Spielzeuge inzwischen an überwiegend von, also ich weiß nicht, überwiegend, aber mit starkem Regierungseinfluss nach Peking verkauft haben. Also ich wäre echt als Geheimdienst, ich würde irgendwie in den Teppich beißen. Da sind ja auch im Moment lustige Abliefer, die versuchen jetzt irgendwie IBM und andere Leute dann wieder in die Sache reinzubringen. Also verfolgt das mal mit dem relativen Grinsen. Ich meine, das hat natürlich den Vorteil, dass sich wahrscheinlich jetzt irgendwie ein paar Leute beim Bespitzeln im Weg stehen. Aber naja, also wir wissen, dass das auch nicht immer etwas Positives sein geht. Nochmal zur Erinnerung, die Staatssicherheit hatte irgendwie jeden 60. DDR-Bürger auf der Liste. Also die müssten irgendwie einen Großteil der Zeit nur damit beschäftigt haben, sich selber zu überwachen. Also insofern ist das nicht gemütlich. Eine andere lustige Sache war, dass die Trusted Computing Group verbesserten Schutz der Privatsphäre integriert hat. Und wie heißt das schön? Particially inspired by European Regulation Requirements for Privacy. Also es tut schon gut, wenn die gesamte EDV-Industrie irgendwie auf europäische Datenschutzsachen reagieren muss. Und da möchte ich mich wirklich bei IBM, HP und Intel bedanken. Die haben uns netterweise relativ frühzeitig die internen Paper zur Verfügung gestellt, also die Entwürfe. Und wir haben uns analysiert und haben auf der Konferenz SANE 2004 in Amsterdam ein Paper gemacht. Also zusammen mit Stefan Lux und Andreas Bog, die dann die Sicherheitsprobleme und den Privacy-Gewinn irgendwie abschätzen. Ich verweise auf dieses Paper. Es müsste online erhältlich sein. Vielleicht in kurz. Es ist praktisch eine Art Bektor eingebaut. Also den Schutz der Privatsphäre kann skaliert werden mit einigen mathematischen Tricks. Aber das ist, also finsteres mathematisches Voodoo, wenn jemand irgendwie der Meinung ist, dass er irgendwie so viel flüger ist als sein Umfeld und unverstanden ist, dann soll er mal ein bisschen die Paper lesen. Kann gut sein, dass er dann was findet und das wäre hervorragend. Aber ansonsten kriegt er dann auch mal ein bisschen Realitätsabgleich, dass da draußen durchaus ein paar schwierige Probleme noch rumlaufen. Aber wie gesagt, also die Einladung, das sich mal anzugucken, möchte ich also wirklich ausbauen. Und es kann durchaus sein, dass jemand da noch Interessanteres findet als wir. Gut, allgemein möchte ich darauf hinweisen, weil wir jetzt zu dem Hecht-Teil relativ intensiv kommen, dass also von Z. Schöden, von der Electronic Founder Position, eigentlich mit der beste Übersichtsartikel ist, wie man die Schutz der Privatsphäre ernsthaft besser betreiben kann. Und weiß ich auf den Sachen, natürlich ist die FAQ von Ross Anderson auch noch exzellent. Aber wer wirklich mal dezidiert über die Auswirkungen auf den Schutz der Privatsphäre und fairer Wettbewerb sich informieren wird, findet da einen exzellenten englischen Artikel dazu. Aber jetzt zum Fun with Hash. Es gibt in der Tat zum einen kryptografisch hochinteressante neue Ergebnisse. Zum anderen gibt es, seit es irgendwie heraus ist, inzwischen ganze Wust von PEPA, die sie mit generischen Angriffen machen. Also um kurz zu sagen, wie nutzt man diese kryptografische Panne aus, um wirklich real existierende Systeme komplett auszuhebeln. Es ist eine chinesische Gruppe, die kann man an der Einreise hindern, aber nicht am Publizieren. Insbesondere bei der Euro-Krypte ist der lange Arm der US-Regierung noch nicht da. Sie behaupten immer, dass es irgendwie Trottlichkeit war, das dazu geführt hat. Aber wenn man halt irgendwie am amerikanischen Flughafen festsitzt, dann ist einem relativ wurscht, ob es Wurshaftigkeit oder Trottlichkeit oder beides ist. Das war also kein Ruhmestück für die US-Wissenschaft. Also der Reihe nach, es gab erst die Kryptoanalyse von MD4 und ReibMD. Wird ganz gern übersehen, also lest euch die normale Literatur mit den Wasserstandsangaben an. Witzig ist nur, dass MD5 in 2 hoch 8 oder so brechbar ist. Also wie gesagt, wenn man sich irgendwie schlecht gelaunt ein paar Mathematiker einsperrt übers Wochenende nur mit Papier und Bleistift kriegen, ist das auch klein. Natürlich können jetzt wurshafte Leute rechnen, ob man diese sinnlose Arbeit der Mathematiker in wie vielen Millisekunden man das mit dem normalen Prozessor ersetzen könnte. Aber rein von der Anschauungsebene fand ich das eigentlich ganz nett. Man kann sich überlegen, MD4 ist kaputt, MD5 war ein kleiner schmutziger Hack von Ron Rives. Also er hat gesagt, ich mache mal eine Hash-Funktion und dann sagen alle, jo, Rives macht eine Hash-Funktion, ist was Tolles. Kurz später sagt er, ja, ist nicht so toll, machen wir noch eine Runde drauf, Kinder. Also es ist immer so schön, wenn ich mit Stefan Lux darüber diskutiere, sagt er, ja, das kann man machen. Habe ich gesagt, hör mal Stefan, wenn wir ein Paper zusammenschreiben würden und nicht sowas vorschlagen würden, würdest du mir die Ohren langziehen, meint er nur mit Recht. Aber so ist es leider. Also lest im Bruch Schneier nach, das ist relativ lustig, schon der erste Teil der Geschichte. Dann kam also MD5 kaputt, dann wurde Schar 0 gebrochen. Was ist Schar 0? Ja, Schar 0 ist ähnlich wie MD5, halt MD4 mit noch ein bisschen ein paar Heftklammern drum und ein paar Mullbinden drumherum. Okay, jetzt sind wir am einen lustigen Teil. Jetzt wird es aber nicht mehr so lustig. Schar 0 wurde veröffentlicht und nach ein paar Monaten sagt die NSA, sorry, da ist was ein bisschen blöd gelaufen, das ist nicht so sicher, wie wir denken. Macht mal bitte so eine unmotivierte Rotation zusätzlich und zwar nicht im Verfahren, sondern bei der Aufbereitung vorne. Also sowas, was da irgendwie nur graue Haare ist. Also irgendwie sowas, also nach dem Motto, da ist ein Loch in der Karosserie, tun wir es mal das ganze Auto teeren und federn, damit es nicht so gesehen wird. So war endlich die Strategie. Das ist jetzt nur alte lustige Geschichten, neue lustige Geschichten kommen noch. Dann war Schar 0 kaputt. Und dann war ich irgendwie, irgendwie habe ich mich mal wieder als unverstandener Mathematiker gesehen, weil ich allen Leuten auf die Nerven gegangen habe. Leute, Schar 1 hält nicht lange. Doch, doch, macht dir keine Sorgen. Der Kollege Kaminski hat ein exzellentes, mathematisch teilweise ein bisschen schmutziges, aber wirklich vom Hackerstandpunkt wirklich exzellentes Paper zu MD5 gemacht letztes Jahr. Wirklich sehr gut, sehr interessant. Mathematisch, ja gut. Aber die letzte Folie war, MD5 ist kaputt, verwendet lieber Schar 1 und so weiter. Also wie gesagt, selbst Leute, die sich damit beschäftigen, waren etwas optimistischer als gedacht. Und in der Tat machen wir es offiziell, Schar 1, Krypto 2005, Schar 1 auch kaputt. Witzigerweise haben die Chinesen einige Arbeiten des deutschen Doppertin, der damals beim BSI, also unserem Kleingeheimdienst da gearbeitet hat, weiterentwickelt. Also es war nicht, also vom anderen Planeten, es war nur so sehr, sehr gute, ordentliche Mathematik. Aber es war nicht, es war nicht, also irgendwelche Alien oder Quantencomputer oder sonst was. Es war einfach normale Kettenkreissägen. Also, so, mache ich auch nur ganz kurz. Was ist es? Es ist zunächst, Collision-Attack ist, wenn man zwei Nachrichten findet, die ungleich sind, die auf selben Hash-Value gemacht werden. Ich weiß noch mal ganz kurz auf die Pre-Image-Attacke, die also wirklich noch schwieriger ist. Das bedeutet, wenn man zum gegebenen Hash-Wert ein Message findet. Das ist nicht in der Diskussion im Hauptthread, ich komme aber nachher noch mal kurz dazu. Also Collision ist zunächst mal die schwächere Annahme. Und kommen wir jetzt zum Hauptthema unserer Sache. Warum ist es so katastrophal, dass die Trusted Computing Gruppe eine neue Infrastruktur aufbaut, auf dem gebrochenen Algorithmus ist, weil sie es überall verwenden. Also sie tun es für Integrität, Überprüfung, Authentization, für die Berechnung der sicheren Boot-Sequenz. Und natürlich für digitale Signaturen. Also Infineon und Versailles unterzeichnen sich jetzt gegenseitig mit auch und benutzen, ich gehe mal davon aus, auch diese gebrochene Schar-1-Funktion. Man kann also feststellen, dass die Integritätsmaßnahmen, also zum Integritätsschutz eigentlich kryptografisch gebrochen sind. Man kann sagen, dass die digitalen Signaturen nicht die Sicherheitsanwalt verankern. Und wir können sagen, dass die ganze Public-Key-Infrastruktur, die darunter liegt, problematisch ist. Wir kommen dann noch mal zu den X-509-Zertifikaten. Eine kleine Anmerkung an ein paar Stellen wird da HMAC verwendet, was dazu führt, dass möglicherweise einige Angriffe nicht direkt möglich sind, aber die gesamten Sicherheitsabschätzungen für HMAC sind auch hinüber. Also wenn jemand sagt, da wird HMAC gemacht oder wird das Hash-Funktion anders parametisiert, kann man nur antworten, man kann aus einer gebrochenen Hash-Funktion keine sichere MEC-Funktion bauen. Aber das nur am Rande bemerkt. Und da wir ja Hacker sind und immer alles besser wissen, aber ausnahmsweise es mal wirklich besser wissen, möchte ich darauf hinweisen, dass zumindest seit unseren Konferenzbeiträgen ab 2002 ausdrücklich gewarnt wurde, Schar 1 zu benutzen. Damals überwiegend mit der Argumentation, dass es sinnlos ist, eine längere RSA-Schlüssellänge zu verwenden bei einer kleineren Hash-Funktion. Und zur Erinnerung, zu dieser Zeit gab es schon die Nachfolgersache und wir haben das nicht nur auf dem CCC gesagt, wir haben das auch bei den Hearingen im Wirtschaftsministerium mehrfach gesagt und es wurde uns auch kryptografisch nicht widersprochen, aber wir wurden halt insgesamt ignoriert. So, eine kurze Verweis, also diese ganze Hash-Funktion sind meistens, also fast alle praktischen sind, nach Damgard und Merkler. Merkler ist ein ganz exzellenter Kopf, der war auch wirklich einer der Feder der Public-Key-Kryptografie und oft ein bisschen vergessen. Und die Idee ist schlicht und einfach, wir verwenden eine Hash-Funktion, eine Kompressionsfunktion, die also Daten reduziert und definieren die gesamte Hash-Funktion als dann eine Kombination aus dieser Kompressionsfunktion und einer Chaining, also einer Rückverkettungssache. Zu dieser Sache gibt es eine Reihe von Sicherheitsbeweisen, Allerdings, also und am Ende wird schlicht und einfach der letzte Block gemacht. Was jetzt wichtig ist zu merken, ist, dass es diese Sache durchläuft, also hintereinander, also iterativ durch die ganze Nachricht und dass dadurch natürlich, wenn ein Zwischenergebnis gleich ist und das Ende gleich ist, also die folgenden Blocks gleich sind, am Ende natürlich dann dasselbe Ergebnis herauskommt. Das werden wir exzessiv benutzen und das ist eine Eigenschaft von diesem Merkler-Darmgart-Design. Es ist auch verheerend, wenn man sich das mal anguckt. Es ist exzellente Arbeit, sowohl von Merkler als auch von Damgart. Nichtsdestotrotz beweisen die eine sehr, sehr schwache Sicherheitseigenschaften. Und wir kommen nachher nochmal bei Multikollisionen daraus. Man kann sagen, dass für alle außer den bewiesenen Sicherheitseigenschaften, also Merkler-Darmgart, inzwischen recht problematisch ist. So, das ist das interne Design. Und wenn man jetzt die einzelnen Sachen anguckt, was macht die Hechtfunktion? Also sie verwendet eine Input-Transformation, eine Kompressionsfunktion und eine Chaining-Funktion. Wenn man sich ja mal die Sachen abklappert, kann man sagen, dass die Kompressionsfunktionen höchst problematisch sind. Die Damgart-Sache, um es freundlich auszudrücken, fragil und bisher nur die parameterlose Output-Transformation unproblematisch ist. Also man hat nicht nur, dass man irgendwie schlechte Sicherheitsinfrastrukturen mit gebrochenen Hash-Funktionen hat, man hat auch die innere Struktur von den Hash-Funktionen ist wirklich zum Heulen, um es mal freundlich auszudrücken. Das ist jetzt auch nicht so hart, was ich sage, weil diese SHA-256 oder SHA-2 verwendet einen modifizierten Merkler-Darmgart. Und es ist eine Sauerei, dass da scheinbar die NSE über Kenntnisse der Darmgart-Probleme Bescheid wusste, als sie das designt haben und es nicht veröffentlicht haben. Kommen wir nachher nochmal dazu. Also das strukturelle Problem ist nochmal in kurz, weil das ist der Taschenspielertrick, den wir nachher benutzen, um die ganzen Zertifikatssysteme und Integritätssysteme massiv zu bedrängen, ist folgendes. Man hat einen 512-Bit-Block, B1 ungleich B2 und rechnet dann mit einer Kollision. Also SHA-1 von B1 ist gleich SHA von B2. Dann generieren wir Programme, die dann folgende Eigenschaft haben B1, dann eine beliebige konstante Sache, B2 eine beliebige konstante und wegen dieser internen Struktur haben wir dann das Ergebnis, dass auch SHA von B1 gleich SHA von B2 ist. Also wir haben einen Block und können dann beliebige Sachen damit konstruieren. Selbst für ganz junge Nachwuchshanker müsste das nachvollziehbar sein, dass man damit ein ganz mächtiges Werkzeugset hat, um diese existierenden Strukturen massiv zu bedrängen. Und nochmal wiederholt, das liegt wirklich an der internen Merkle-Darmgart-Struktur. Machen wir jetzt einen generischen Angriff. Wir verwenden zwei Programme. Wir haben also die kollidieren Blöcke, dann Konzack und wir machen folgendes, dass die Nummer 1, Janus 1, sich harmlos und nett verhält, wenn B1 benutzt wird und wirklich böse, wenn B2 benutzt wird. Und daraus kann man dann jede Menge Angriffe machen. Also eine der ersten war die von Kaminski, die zwar wirklich mathematisch nicht unproblematisch war, aber wirklich eine Reihe von interessanten Angriffsszenarien aufgezeigt hat. Von Mikle, das ist relativ übersehen worden, das ist, sagen wir mal, nochmal eine Verbesserung von der Kaminski-Arbeit. Die beiden haben sich allerdings auf MD5 konzentriert, wo eigentlich die meisten Leute schon keine Lust hatten, weil das irgendwie schon zu kaputt ist, aber trotzdem sehr verdienstwürdige Arbeit der beiden. Noch cooler ist die Sache von Lengstra und die Wegner. Die haben gezeigt, dass man Public Keys mit selbem Fingerabdruck, also mit selben Hash-Funktionswert erzeugen kann. Und das ist übel, weil es wird beim Signieren natürlich auch von Public-Key-Infrastrukturen, also in der Hash-Wert unterschrieben werden. Und wenn man zwei unterschiedliche Schlüssel hat mit gleichem Hash-Wert und der Zertifikationsstelle den einen unterschreibt, hat man nachher ein gültiges Zertifikat auch für den anderen. Das ist natürlich wirklich nicht schön. Und zeigt auch, wenn Leute euch auf die Nerven gehen, zu sagen, ja mit den Hash-Kollisionen, das ist ziemlich random Data, da kann man schwer Angriffe machen. Weist Sie bitte darauf hin, dass selbst komplizierte mathematische Sachverhalte wie Public Keys, die gewisse Bremenzahleigenschaften haben müssen und sollten wir auch schon basteln könnten. Da nochmal Sache, nochmal vermerkt, dass es auch MD5 geht, 1 zu 2,5, auch mit Schar 1. Eine lustige Arbeit von meinem Kollegen und demnächst hoffentlich auch Professor hier in der Gegend, Stefan Lux. Der hat also mit dem Kollegen Daum von der Uni Bochum, da sitzt der Kollege von BSI, Formas BSI, Dobbertin inzwischen. Zwei lustige Beber gemacht, schaut es euch mal an. Da findet ihr so zwei Postscript-Dokumente mit unterschiedlicher Nachricht und selber Unterschrift. Das ist eigentlich ganz schön. Und was mich noch mehr gefreut hat, war, dass die Kollegen vom BSI, also unseren Kleingeheimdienst, nächstes Jahr 2006, da eine ähnliche Arbeit, also nochmal vorgestellt haben. Da ist inhaltlich nichts Neues drin, aber es ist verdienstvoll, dass der Heimdienst sich damit drum kümmert und es ist auch verdienstvoll, dass das nächstes Jahr veröffentlicht wird, hoffentlich. Man weiß ja nie beim BSI, das ist ja eine Organisation, die auch den Professor Fitzmann ausgeladen hat, was man da noch zu erwarten hat. Aber naja, hoffen wir mal das Beste. Ich sehe jedenfalls, ist die Studie bekannt, also es macht keinen Sinn, die noch weiterhin nicht zu veröffentlichen. Machen wir aber jetzt mal diese Verfahren, schauen wir uns mal an, wie wir dann Trusted Computing angreifen und keine große Überraschung, das ist alles für einen mathematischen Sinne nicht besonders anspruchsvoll. Wir nehmen zwei kollidierende Blöcke, wir machen zwei Bootprogramme, genau wie diskutiert. Dann haben wir die Situation, dass das TBM dasselbe Schar 1 Checksumme berechnet, von P1, P2, nochmal, wenn die es irgendwie lustig parametrisieren mit dem Ding, ist es ein bisschen mehr Arbeit, aber es ist nicht möglich, aus einer kaputten Funktion eine sichere Funktion zu machen, indem man es grün anstreicht. Also es geht nicht eins zu eins, also ihr könntet nicht mit der kleinen Kattenkreissäge rangehen, ihr müsstet euch da vielleicht mal Mittag hingucken und die Parameterisierung ein bisschen hinfummeln, aber das ist Arbeit, das soll Doktoranden machen oder Leute im BSI, die bezahlt werden. Nein, also ernsthaft, es ist eine nicht ganz triviale Sache, aber es ist keine Sache, wo man irgendwie zwei Forschungsgruppen irgendwie beschäftigen müsste. Und wie gesagt, anschließend hat man die Situation, dass man eine ordentlich ablaufende, zertifizierte und vom Trusted Computing Modul akzeptierte Bootreihenfolge hat und kann dann einen Block austauschen und das geht auch so trivial, dass es selbst einen Professor programmieren könnte. Sie gehen einfach hin, haben zwei Funktionen, be nice und be evil. Das könnte natürlich auch was anderes sein. Ich hatte peinlicherweise einen Rechtschreibfehler bei evil, ich habe da immer Eval geschrieben, also irgendwie. Die Mathematik kriegt man glaube ich nicht so richtig raus. Okay, wir gehen uns an den Ort, wo es eine Differenz zwischen den beiden Block gibt, zufällig am Platz 42. Dann schauen wir, ob es da das böse Value gibt, nämlich Nummer 23 ausnahmsweise. Dann öffnen wir das File, lesen das File ein, schauen, ob der Bootblaze nett oder übel ist und verhalten uns dann je nachdem nett oder böse. Was soll dieses kindliche Beispiel? Naja, so ganz kindlich ist es nicht. Denken Sie daran, dass Sie nicht überall den Source-Code haben. Also wenn Sie, wenn ihr keinen Source-Code habt, dann könnt ihr also problemlos sagen, testet es mal mit allen Eingabe-Values Blackbox-mäßig. Also reine Black-Tests kann man damit schon aushebeln. Also man schreibt das hin, hat ein Ding, dann hat man irgendwie eine Version, die halt sich gut verhält, sagt, mach alle Tests, die du haben willst, dann macht jemand alle Tests, die er haben will und anschließend hat man die Möglichkeit, dann das Programm zu substituieren mit derselben Hash-Value. Also wie gesagt, dieser kindliche Angriff geht problemlos durch, wenn man Close-Source-Situation hat. Und das soll man halt eigentlich bedenken nochmal, dass es das Readable-Source wirklich eine Kondition sine qua non, also eine wichtige, also eine Urbedingung ist. Also wenn man keinen lesbaren Source hat, kann man jede Menge Schweinereien machen. Ohnehin schon vorher, aber jetzt kann man auch noch Schweinereien machen mit dem gültigen Hash-Value. Und mit einem gültigen Hash-Value oder einem signierten Hash-Value hat man natürlich diese ganze Trust-Infrastruktur maßgeblich erschüttert. Aber wie gesagt, das ist in der Tat nicht besonders anspruchsvoll, das so zu machen. Für Hacker, und das ist eine Herausforderung wirklich an Leute, die da mitspielen wollen, ist, dass es natürlich auch möglich ist, in lesbarem Code, also Funktionalität zu verstecken, dass man da eigentlich problemlos auch durchkommt. Es gibt ja ganze Weltmeisterschaften im obskuren Programmieren. Leute behaupten, dass alle Perl-Programmierer da pflichtmäßig teilnehmen. Nein, der Larry Wall hat die ein- oder zweimal gewonnen oder Zweiter gewonnen. Also ist durchaus ehrsam zu erwähnen, dass es ist. Aber wie gesagt, noch mal ernsthaft, es ist ein altes Hacker-Game. Und insbesondere, das ist wirklich eine Übungsaufgabe, einführen von Buffer-Overflows, indem man einfach die Werte aus diesem kollidierenden Block nimmt. Und einmal hat man einen zu kleinen, einmal zu großen. Und wenn das nicht ist, dann gibt es einen Buffer-Overflow und bringt das System zumindest zum Stehen. Wie gesagt, es kommt immer die Sache, zum Stehen bringen oder richtig explodieren. Das ist halt der Unterschied zwischen Leuten, die sich damit theoretisch befassen und Leuten wie FX, die dann fein schrauben. Die machen dann halt aus diesen normalen Sachen, also auch lauffähige Explodes. Also weniger talentierte Leute, also wie ich, können damit eigentlich nur Buffer-Overflows und das System zum Stehen bringen. Aber meistens, manchmal ist es auch hilfreich, wenn man das System einfach zum Stehen bringt, anstatt komplett zu übernehmen. Das ist also relativ der Buffer-Overflow. Was noch trivialer ist, ist natürlich, wenn man auf einen Null-Pointer dereferenziert. Also macht das. Also das sind wirklich nette Fingerübungen und damit kann man auch irgendwie Leute erschrecken und vielleicht auf slash.com ist eine Herausforderung. Ist auch nicht trivial. Insofern, wer da kreativ ist, ist da wirklich angeleitet, das als Übung zu machen, weil da kann man wirklich, ja, kann man noch Aufsehen kriegen, ist aber nicht besonders überraschend, dass es geht. Und wie erwähnt, also wenn man das in X509-Zertifikaten die besondere mathematische Struktur haben will, auf die Reihe kriegt, dann ist es nicht überraschend, dass man damit auch vernünftige, versteckte Code produzieren kann. So, X509-Zertifikate, bitte achtet drauf, dass die PEPA zwar für MD5 verwendet worden sind, das aber 1 zu 1 oder mit ganz geringen Modifikationen auch für Schar 1 möglich ist. Und die Kollegen haben das auch ordentlich reingeschrieben, dass sie auch eine günstige X509-Zertifikate, sobald ihnen jemanden ein Schar 1-Wer-Kollision in die Hand drückt. Vielleicht kommen wir nachher dazu, ob den Kollegen auch von uns hier direkt geholfen werden kann. Und da habe ich jetzt das Schönste, da kann ich auch John Gilmer begrüßen, der hier vorne sitzt. Eine Gruppe um John hat 1999 den Descracker letterweise gebaut und hat gezeigt, dass es also 256 Operationen in 56 Stunden waren. Also das ist Bruce Schneier. Also wie gesagt, wäre da ein Rechenfehler, bitte bei Bruce, aber ich habe es nachgerechnet, also nach meiner Sache stimmt es soweit. Ausgehend von Johns Arbeit kann man dann sagen, hat es 250.000 für einmal zu bauen, Nachfolge bis 75.000. Und wenn man allein das Moore'sche Gesetz macht, also ignoriert, dass die Wissenschaft weitergegangen ist, dann ist man inzwischen heute dabei, dass man 260 Operationen mit derselben Maschine in 56 Stunden machen kann und 260 müsste man dann 3 und ein Vierteljahr machen. Das hört sich schon ein bisschen viel an. Oder man schmeißt 25 oder 38 Millionen drauf und kann dasselbe Operationswoch 69 in 56 Stunden machen. Jetzt habe ich natürlich mir einen reingekrinscht, habe gesagt, naja, wir sind also sicher, unsere ganze Bankunterschriften und unsere Anze-Publica-Infrastruktur ist sicher, wenn kein Geheimdienst die horrende Summe von 25 bis 38 Millionen Euro oder Dollar aufwenden kann. Fand ich schon ein guter Witz, bis ich dann irgendwie weiter geguckt habe, dass es ja die Wissenschaft doch weitergegangen hat. Und inzwischen ist es nicht mal 2 hoch 69, sondern 2 hoch 63. Das bedeutet, es ist noch mal, wenn ich richtig 2 hoch 6 ist 64, 64 mal leichter geworden. Das bedeutet, wenn wir jetzt noch mal zurückrechnen, wenn jemand in den Kopf rechnet, 2 hoch 40 durch 64, das ist irgendwie ein bisschen kleiner, 1 Million Euro oder Dollar, kann man dann dieselbe Maschine wohl bauen heute. Also wenn jetzt irgendjemand ernsthaft sagt, dass dann irgendwie nicht selbst der belgische Geheimnis dazu in der Lage wäre. Dann weiß er auch nicht. Und wie gesagt, das sind Bruch-Schneier-Sachen und rechnet einfach dann nochmal nach, was ist. Und mit der Sache in der Hintergrund, dass es nicht mal 69 ist, was klein genug ist, sondern 63. Und das ist eigentlich gestempelt, dass das nicht geht. Und jetzt wird es dann noch furchtbarer, wenn man und ist falling. Also es geht weiter runter. Also Schneier schreibt es auch, also glaubt Schneier meinetwegen mehr. Aber wir haben das auch irgendwie gesagt, die Kryptografin-Angriffe werden immer besser. Und das 2 hoch 63 ist keine untere Schranke. Diese ganze Sache ist zusammengebaut aus einer gebrochenen Kompressionsfunktion und einer gebrochenen Chaining-Funktion. Also da sind wir glaube ich nicht am Ende der Fahnenstange. Aber 63 ist schon so, dass es selbst mittelmäßige kriminelle Organisation brechen könnten. Und digitale Signaturen sind schon ein lohnendes Zeichen. Also ein befreundeter Mensch aus der Industrie hat mir gesagt, ja, ja, stimmt schon, dass wir ein Problem haben, aber das ist nicht unsere Sorge. Die Banken unterschreiben damit Millionen Sachen, die haben ein größeres Problem. Irgendwann mal möchte ich auch dieses Industrie-Nirvana erreichen. Jetzt noch eine kleine Sache, wo ich irgendwie meine kryptografischen Sorgen doch mal vor euch ausheulen muss. Es ist nicht nur Kollision. Es gibt eine weitere Sache von akademischen Problemen, wo wir mal von ausgehen, dass die irgendwie so drastisch sind, dass ich mir nicht nochmal sicher bin, ob auch niedrigere Annahmen wie zum Beispiel die Unumkehrbarkeit inzwischen auf sehr starken Kryptographen. Also man kann definitiv sagen, dass selbst die Unumkehrbarkeit nicht auf starken kryptographischen Grund mehr liegt. Die ganze Familie hat erhebliche Probleme. Wir haben die Situation, dass wenn man mehr Runden einsetzt, es weniger sicher wird. Also stellt euch vor, ihr habt ein Glas und schlagt davon zweimal mit dem Hammer drauf und wenn ihr ein viertes Mal draufsteht, steht auf einmal das halbe Glas wieder vor euch. Da würde ich mir intensiv ein bisschen Sorgen machen. Also seriös formuliert, es ist keine schöne kryptographische Eigenschaft, wenn man mehr Runden einer Funktion auf einen Wert anwendet, dass das System dann das Schlechte wird. Es gibt einen akademischen Angriff von Kelsey und Schneier bezüglich des zweiten Pre-Images. Also noch ein härterer Angriff als Kollision an sich. Und Multikollisionen sind ein mächtiges Tool, die auch ziemlich durchgehen. Und wie gesagt, das sind so die Mitglieder der Hash-Lore und das sind irgendwelche kleine Totenköpfe. Also das ist die Hashing-Lore. Also MD2 ist kaputt, MD4 ist kaputt, SHA0 ist kaputt. Also alles, was irgendwie so ähnlich aussieht von MD4 abstammt, da zappelt nicht mehr allzu viel mehr. Und das ist noch einmal eine weitere Modifikation, dass das wirklich große Probleme sind, sondern nicht nur unsere kryptographische, pessimistische Weltsicht. Ich weise jetzt auch darauf hin, dass diese Arbeiten nicht von Drotteln gemacht worden sind. Es ist Eli Biham, der zum Beispiel die Differenzial Kryptoanalysis eingeführt hat, also einer der brillantesten Kryptoanalytiker hat ein PEPA gemacht und hat hingewiesen, dass SHA0 sich nicht monoton einsteigert mit der Nummer der Runden. Das ist kryptographisch wirklich nicht schön. Das ist noch kein direkter Angriff, aber es ist nicht schön. 82 ist wirklich massiv weniger sicher als SHA0 und er konnte schon also auch mit relativ einfachen Hausmitteln sogenannte Near Collision zeigen. Noch einmal die Sache, die Unterschiede zwischen SHA0 und SHA1 ist das da. Und nur in der Messesexpansion. Also man macht die Messesexpansion anders und dann hat man keine Probleme, obwohl das Chaining gebrochen ist und obwohl die Kompressionsfunktion gebrochen ist. Ja, das ist irgendwie, wie gesagt, also irgendwie haben einige Leute in der Industrie so eine Sache, die man nicht mal durch blöde Witze irgendwie aufschütteln könnte. Ich habe im Januar wirklich angewiesen, eher auf die Jungfreundlichkeit von Britney Spears zu setzen als auf die Sicherheit von SHA1. Und die Sicherheit von SHA1 war irgendwie schneller gebrochen als die Ankündigung der Mutterwertung von Britney Spears. Also jetzt sind die Theologen aufgefordert, ob das als amerikanische Chefjungfrau eine unbefleckte Geburt war oder nicht. Aber jedenfalls SHA1 ist auch kaputt, aber selbst diese lustigen Amerikaner-kompatiblen Witze haben irgendwie nicht das Gefühl, dass die Industrie da mehr reagiert hat. Das heißt, inzwischen gibt es durchaus Paper von Philips, wo sie sich fragen, ob SHA1 stark genug ist, um mal denen zu antworten, nein, ist es nicht stark genug. Und insbesondere wenn man dann eine Infrastruktur passt, wo man nicht einfach auswechseln kann, sondern diese gesprochenen Algorithmen auch noch in Hardware gießt. Hinweis, also Bruce Schneier hat also irgendwie die zweite Angriff gemacht. Es ist deutlich weniger als 2 hoch N. Ganz konkret, sieht jetzt schlimm aus, bitte schaut einfach hier unten. Ihr habt 2 hoch 106 anstatt 2 hoch 160 Sachen. Zwei Sachen dazu. 2 hoch 106 ist auch nicht durchführbar, wenn man nicht irgendwelche größeren Mengen von Alien und schwarzer Materie zu Hause oben liegen hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr mal rein optisch seht, dass da 54 Bit auf einmal verschwunden sind, weil sich zwei Leute das kritischer angeguckt haben, kommt auch zu meinem Sache, dass erstens zwei Sachen. Kryptografisch ist SHA1 auch tot bezüglich der zweiten Urbildangriff. Kryptografisch sollte man es nicht einsetzen. Und die weitere Information ist, da ist auch noch Luft nach unten. Also selbst die schwächere Annahme als Kollisionen, die Existenz von zweiten Urbildern ist massiv erschüttert. Letzte grundsätzliche Anmerkung ist, man kann auch Multikollisionen züchten. Das sieht alles ein bisschen wild mathematisch aus, ist es aber gar nicht. Die Idee ist, dass man halt zwei kollidierende Blocks hat und dann kann man 2 hoch K, also vier kollidierende Messages einfach, indem man die Blöcke hintereinander schreibt, in unterschiedlichen Permutationen hinschreibt. Also schaut es euch mal an, wie es ist. Also die Nachricht ist so, wenn ihr eine Kollision habt oder wenn ihr eine Handvoll Kollisionen errechnet habt, ist es unheimlich spielig, neue zu machen. Also insbesondere irgendwelche Fassing-Angriffe ist, sobald man irgendwie eine Handvoll Kollisionen hat, kann man damit so richtig zup viele Kollisionen machen. Und das ist ein Angriff, den hat Stefan mir auch um die Ohren geschlagen in meinem kaskadierenden Angriff. Also habe ich eine Konstruktion gemeint, wo ich meine, dass es irgendwie 60-Bit macht. Nachdem Stefan ein Wochenende sich angeguckt hat, war noch 10-Bit übrig. Ist aber trotzdem noch das Beste, was rumläuft. Kommen wir eigentlich nochmal kurz später. Also merkt man sich, diese interne Chaining-Struktur ist mehrfach auch akademisch nochmal mehrfach unter Beschuss. Und wie gesagt, in diesem Bereich kommen akademische Angriffe und praktische Angriffe relativ schnell zueinander, erfreulicherweise. Oder nicht erfreulicherweise, je nachdem. Dirty Hot Fixes, also zum einen ist es gesunder, wenn man neue Infrastrukturen macht, dann die Schar 256 macht. Man kann auch hergehen und es ein bisschen robuster machen. Da hat Stefan auch Arbeiten jetzt auf der Asia-Gröp, also wie man randomisiert und so weiter. Und das Kaskadisieren ist nicht so schwach, wie es eigentlich kritisiert wird. Allgemein zu Schar 2 möchte ich nochmal darauf hinweisen. Im August 2002 wurde also der Industrie schon nahegelegt, das eher zu verwenden als Schar 1. Also es war nicht nur der CCC, es war auch die Standardinstitutionen, die da eigentlich drauf massiv gedrängt haben. Wir haben zum Beispiel im Kryptofon damals, also als Hechtfunktion gleich Schar 256 eingesetzt und da wir ja notorisch ein bisschen paranoider sind als andere Mitmenschen, haben wir das auch kaskadiert, also zweimal hintereinander und mit unterschiedlichen Parameterisierungen gemacht. Das ist kryptografisch keine Sache, wo ich eigentlich besonders entspannt bin. Ich weiß nur, dass praktische Angriffe dadurch also deutlich lästiger werden und es gibt noch keine Angriffe zu Schar 256. Also so macht man Kryptografie, wenn man sie neu macht. Man nimmt das stärkste, was ist und baut es dann so, dass praktische Angriffe dann nochmal schwerer werden. Man nimmt nicht eine kaputte Funktion und ändert nichts daran und macht die in Millionen andere Sachen. Okay. Das können eine Handvoll Leute zusammenschrauben. Also das ist, und wie gesagt, wir halten das ja nicht geheim. Also wir teilen das mit, das ist open source, das hätte jemand machen können. Teilweise übernehmen übrigens auch diese viel geschmähte Konstruktion hier unten von mir, dass man AS und Tufich irgendwie XOR, das wird im Moment auch in einigen Produkten eingesetzt. Ich glaube, Sci-Fire macht auch ein paar ähnliche Strukturkonstruktionen. Ein kleiner Verweis, auch Schar 2 ist unter Analyse. Chilber und Handschuhe von Gemplus, glaube ich, haben da auch veröffentlicht. Das sieht eigentlich ganz gesund aus, aber wie jemand wackelt ein bisschen, fliegt einem alles um die Ohren. Und das ist kein schöner kryptografischer Eigenschaften, insbesondere wenn man eine undokumentierte Funktion von irgendeinem Geheimdienst kriegt und ein bisschen dran wackelt und dann alles um die Ohren fliegt. Dann wäre ich mir nicht sicher, dass der Geheimdienst nicht irgendwie noch eine Spezialwackeleinheit zu Hause hat. Also das ist alles nicht schön. Deswegen ist es sehr zu begrüßen, dass die EU sich auch massiv überlegt, da neue Sachen zu machen. Es gibt noch eine kleinere Arbeit, die von Hawks und Patten und Rose, die sich mit Korrektiv-Patterns in der Schar 2-Familie beschäftigen. Ich sage es ganz einfach, es ist eine weitere, zwar ein bisschen modifizierte, aber es sieht noch relativ ähnlich aus wie die ganzen Hechtfunktionen, die wir bisher schon nicht verstanden haben. Also insofern frage ich mich wirklich, warum sie keine Algorithmen verwenden, die Designmethoden machen, die gut verstanden sind. Wie zum Beispiel bei AS. Zum Beispiel gibt es einen Whirlpool, der relativ interessant ist. Es gibt eine wirklich exzellente Arbeit von Stefan zum Thema Prinzipien für iterative Hash-Funktionen. Er stellt ein modifiziertes Maclet-Armbad-Design mit Sicherheitssachen durch. Und ich habe mir das mal angelesen und dann habe ich mir Schaden nochmal angeguckt und dann hatte ich auf einmal das Gefühl und habe auch Stefan angerufen, ob er versehentlich das Schar 2-Design entschlüsselt hat und hat es dann nochmal reingeguckt und das ist in der Tat der Fall. Also wir wissen inzwischen, warum einige Modifikationen von dem Maclet-Armbad-Verfahren da sind. Aber wie gesagt, es ist 2001 veröffentlicht worden und dann haben wir wieder halt drei Jahre verloren, weil die Geheimdiensten die Karten da nicht auf den Tisch gelegt haben. Und da, wie gesagt, die Hash-Funktionen bei digitalen Signaturen exzessiv angewandt sind, ist das relativ ärgerlich. So, was kann man jetzt ad hoc kurz machen? Vielleicht nur ganz kurz. Da gibt es auf der nächsten 10-Konferenz ein Paper von Stefan und mir, wie man das ordentlich macht. Jetzt vielleicht nur so weit. Wenn ihr irgendwelche Konstruktionen habt, wo ihr nur MD5 habt, dann solltet ihr auf jeden Fall was direkt machen. Wenn ihr Schar habt und Paranoid seid, dann ist eigentlich die Diskussion, wo Stefan und ich ähnlich hatten. Stefan hatte irgendwie nur die Reihenfolge von Schar 205 und Tiger unabhängig anders. Also das sind die Sachen, die wir empfehlen würden, um ein bisschen besser zu schlafen. Wobei wir beide darauf hinweisen, dass es nicht die Sicherheit birgt, die wir annehmen. Entschuldigung, die wir annehmen schon, aber die man eigentlich auf den ersten Blick annehmen sollte. Es ist nicht deutlich sicher, weil durch diese Multikollision vielleicht kurz skizziert, greift man erst die schwächste Funktion an und erzeugt dann jede Menge kollidierende Blocks und schmeißt die auf die zweite Funktion. Das ist kryptografisch dann ein Angriff, wo meine 15 oder 60 Bit, die ich mir auf 10 oder 20 runterdrückt, ist allerdings für praktische Angriffe einfach nochmal unhandlich, weil sie damit relativ wenig Steuerung haben über die zu verwendenden Nachrichten, weil sie müssen über mehrere Iterationen sein. Um es klar zu sagen, ist kryptografisch keine schöne Situation, macht es praktisch nur ein bisschen schrubbiger. Und wie gesagt, in meiner Doktorarbeit hatte ich schon Konstruktion, dass ich gesagt habe, Scharfunktionen können brechen. Da ist es besser, man verknüpft die beiden zum Beispiel mit XOR, mit unterschiedlichem Design. Das bedeutet, man überlebt auch diese Kollisionsangriffe, wenn eine davon gesund ist. Und wie gesagt, ich hatte es in der Doktorarbeit, ist sogar eine kleinere Publikation da rausgekommen auf der Smartnet-Konferenz in B1999. Müsste auch online sein, das Paper-Welt. Ansonsten könnt ihr mich irgendwie noch Mail machen, aber doch. Es ist nicht, nochmal gesagt, ist kryptografisch nicht sauber und nicht schön, aber es ist praktisch das Beste, was wir haben. Also ordentlich ist alles in die Tonne schmeißen und eine neue Kryptofunktion, eine neue Hash-Funktion wählen. Das ist das, was man empfehlen kann, ohne schlechtes Gewissen. Gut, wie gesagt, diese Sache, die ich jetzt am Ende etwas schnell gemacht habe, gibt es nochmal. Also wissenschaftlich sauer aufgearbeitet in dem Paper, das Stefan und ich jetzt gerade fertig schreiben auf der SANE-Konferenz in Delft. Gut, Conclusions, benutze keine gebrochenen Hash-Funktion. Auch wenn ihr in der Industrie seid, ist es keine gute Idee. Und das sagt nicht nur irgendwie die CCC-Hacker, das sagen alle, die in der Kryptografie irgendwie Rang und Namen haben. Ansonsten bitte einen beischmeißen, der irgendwie eine andere Meinung hat. Es ist nicht gut, es zu verwenden. Es insbesondere nicht gut ist, in Hardware zu gießen, wo man es nicht austauschen kann. Der Hinweis ist, es ist auch jetzt in dem Bereich, also keine grundsätzliche Sache, dass wir TBM irgendwie zurückdrücken wollen, was wir durchaus wollen. In weiten Bereichen, es kann ohne große Aufregung in SHA-256 gemacht werden. Das ist genauso US-Government gestempelt wie SHA-1. Und Entschuldigung, wir haben seit 2002 darauf gedrangen, es zu tun. Und wir haben es in unseren eigenen Produkten auch seit dieser Zeit getan. Letzte Bemerkung von Schneier. Also man hat irgendwie das Gefühl, dass das alles irgendwie so ziemlich Pi mal Down konstruiert worden ist. Auch Whirlpool ist ähnlich konstruiert. Er würde persönlich ein Chaos gegenüber SHA und MD5 akzeptieren. Und wie gesagt, also wir wissen noch relativ wenig davon. Und dann eine Sache, lustigerweise sitzen sehr viele exzellente Leute von Hechtfunktionen in Europa und großteils zum Beispiel in Löwen und finden alle keinen, also nicht alle keinen Job, aber haben Probleme einen Job zu finden, was also auch irgendwie ein bisschen auf die törichte Geringschätzung von kryptografischer Arbeit hindert. Gut, dann bin ich soweit am Ende. Wir haben noch anderthalb Minuten für Fragen. Ansonsten danke ich euch herzlich. Eine halbe Minute möchte ich allerdings noch für eine peinliche Werbeeinblendung investieren. Nein, ist nicht unpeinlich. Es gibt Minix 3.0. Es ist raus. Es hat einen tollen Raccoon mit ganz großen Pupillen als Logo. Ich verrate jetzt nicht, wer mitverantwortlich ist für die Größe. Und es ist jetzt veröffentlicht und im Gegensatz zu einem alten guten Minix ist es Open Source. Es ist 3800 Lines of Code. Ich habe mit Handbaum ein bisschen daran gearbeitet. Ich möchte jetzt hier an der Technischen Fachhochschule in Berlin da weiterarbeiten, wenn jemand Interesse hat. Es bootet in unter 5 Sekunden. Es kann sich selber herstellen in 4 Sekunden. Mest nach. Also wenn das nicht glaubt, es ist wirklich ein fantastisches neues System und das sei mal ans Herz gelegt. Auch aus dem einfachen Grund, weil wie schon gesagt, der OS-War ist über. Wir müssen es am Ende. Wir müssen selber was entwickeln und da ist mit GNU, BSD und so weiter. Schon alte Sachen da. Minix 3.0 ist neu, ist freie Software diesmal. Also schaut es euch an. Okay, jetzt aber wirklich vielen Dank. Vielen Dank. Die Frage war nach praktischen Konsequenzen im Online-Banking. Naja, also die gute Nachricht ist im Moment, also direkte Angriffe gehen nur, wenn man selber die Signatur generiert. Also allerdings die Situation hat man, die Frage ist, ob man einen gewissen Bankzertifikat trauen kann oder nicht. Klare Antwort, wenn man die Situation hat, dass man unterschiedliche Zertifikate mit dem gleichen Zertifikatunterschrift haben kann, dann ist die Sicherheit vom philosophischen Standpunkt schwer geschädigt und auch vom praktischen Standpunkt zumindest mit Sorge zu betrachten. Du musst also der Bank vertrauen. Ja. Aber das ist nicht so sonderlich neue Situation. Ja. 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 Have you convinced Linus Torvalds to not depend on SHA-1 in his new source control system? screensome für Kryptographers to make small hot fixes. Mainly is better use additionally SHA-256. Kann ich dir einfach sagen, weil es für Kryptografen kaum Arbeit gibt, scheinbar. Also ich bin jetzt Professor für Systemprogrammierung, Stefan ist in was Ähnlichem. In Löwen sind noch exzellentere Leute im Bereich Hechtfunktion als ich kurz vor der Arbeitslosigkeit. Und da sind noch exzellentere Leute im Bereich Hecht. In Löwen ist das eine große Herausforderung. Und da sind die Musik über die Musik über die Schleifung, die in der Luft aus dem Kreuz für den Luft aus dem Kreuz. Vielen Dank.